zwar gewonnen hat aber überraschend kämpfen musste da hat das erste mal sowas wie entsetz in ihren augen gesehen so wie ratlosigkeit normalerweise spielt sie denn und sie musste voll voll gehen überhaupt den vorlauf zu gewinnen dann tatsächlich die russin und auf der dritten position die ungarin die ganz stark aufgekommen ist auf der 1 wieder so ein youngster erst 16 jahre ja und dann dürfen natürlich nicht vergessen mattia mette ja die französin die heute beim einschwimmen wahnsinnig umfangreiches programm hatte eigentlich kaum zu verstehen oder zumindest für mich unverständlich weil er ist ja nicht der erste wettkampf ist sondern sie schon in der mal von bahns vielleicht noch zu erwähnen finale über die 100 kommt aus rotterdam war in berlin schon vierte über diese distanz heute die guten eindruck ebenfalls gemacht hat schon hier ganz stark in dem vorlauf war die ukrainerin der bondarenko gold über die 100 gewonnen auf der 5 da haben wir sie 32 jahre als doppelte mami also da geht da geht trotzdem noch was eine spanierin auf der 6 in nada dann aus belgien alles an willems und eine schwede auf der 8 josephine wede auch ganz jung 16 jahre jung und damit die jüngste in diesem ersten halb fien dort regel müssen wir ganz kurz darauf eingehen vor ob das war eine tolle geschichte noch hat für ihn noch ein glückliches ende gefunden aber er durfte dann sich auch seine sachen packen und ich vermute sie auch ja sie geht zurück das heißt egal was passiert wenn es ein technischer fehler ist wenn man trifft so oder warte ist der stoff ganz schön viel anfangen ja das ist ja und da müsste man auch in vielen dingen noch ein bisschen mehr darauf eingehen weil ich denke dass man nicht jeden in jedem bade anzustecken kann sondern es muss dem typ entsprechend auch darauf eingegangen werden ja schön 60 90 schöne steigerung zu hause da war sie doch ziemlich einsam mit jüngeren springern zusammen und man braucht doch auch so ein bisschen die konkurrenz im eigenen in der eigenen trainingsgruppe und sich dann da so ein bisschen nach vorne zu zumindest für die bronze medaille gewesen jetzt sind sie natürlich beide siehende mittelpunkt ihres interesses hat auf der vier jukic obendrüber larson auf der 2 noch zu erwähnen kaslaru zweite über die 20 62 stand für sie und jetzt also wie nur werk 2 28 55 damit ist sie die einzige die auf der vier jukic obendrüber larsson auf der vier jukic obendrüber larsson auf der 2 noch zu erwähnen kaslaru sie sogar unter 2 29 geschwommen ist eben noch in den entlauf hat sich debbie wade schieben können auf bahn 8 die gestern über die 100 meter hier siegreich war und die sich jetzt das ist natürlich maximal punktzahl im weltland muss mich korrigieren startet auf bahn 1 juli hauert aus kanada bahn 2 bahn 3 michael smith 100 meter lagen noch einmal zur erinnerung und das scheint hier einiges selbstbewusstsein gegeben zu haben schon beim einmarsch spürbar und das scheint hier einiges selbstbewusstsein gegeben zu haben schon beim einmarsch spürbar die zwei außenseiterinnen auf dem außen bahnen war dort die san mars marasinianu französische rumänische abstammung und gillian gauens aus australien die sich erst durch ein stechen für diesen entlauf hat qualifizieren können längeren distanz inszene zu setzen drucken ich habe immerhin ziehende bei den olympischen spielen betria thomas mit teilnehmerin in diesem wettbewerb ging von kreußen aus belgien mal in stromberg einer der starken 20,2 9 sekunden war ihre siegeszeit sie gewiss ein gelungenes meeting wir haben nichts verpasst liebe zuschauer aber hoffentlich jetzt ein besseres bild denn die leitungen wurden inzwischen getauscht wir sind rechtzeitig zurück im stadtbad von defensano beim weltkappen der schwimmer 100 meter brust an der zeit aber der verwendung ein bisschen für christian keller so nun wollen wir hier die zeiten mal ordentlich sortieren weil ja sicherlich die ein oder andere wieder herangezogen werden muss so viel fehler zusammen dass wir am ende den sieg davon vielleicht einen augenblick unterbrechung war ja jetzt wird wirklich ein sehr spannendes wenn die 50 meter bei der frauen die sandra hat ja schon mal die franziska geschlagen es wird aber sehr sehr schwierig gegen die aus china die mit sicherheit versuchen wird jetzt unter 25 zu schwimmen was für sandra nicht möglich judith straxler die österreicherin das ist auch recht erstaunlich wenn man davon ausgeht dass die österreich in den letzten zwei drei jahren platz über 200 meter lagen in barcelona brooke bennett olympiasiegerin über 400 meter freistil favoritin ob janel atkinson aus jamaika diese 18 jährige ist schon etwas bekannter joanne märler die erfolgreichste kanadische schwimmerin der letzten acht jahre eine gute chance eigentlich auf dem papier sollte auch mika haruna hat dennoch bedauerlicherweise ja sind verschiedene gründe dazu kommen hauptgrund ist wahrscheinlich aber das wie gesagt ist es gibt bei den frauen einige zeiten auch auf der langbahn mehr die schon weltrekorde die einen langen bart haben von frauen geschoben die recht muskulös waren und mit einer tiefen stimme ausgestattet war sozusagen schon das stichwort auch über die chinesen entsprechende geschichten die man muss das kann das nicht oft genug betonen was heißt es heißt ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020